Hallo, wir zeigen euch heute, wie ihr auf eurem Fire TV oder Fire TV Stick ein Backup von Kodi erstellt. So könnt ihr eure Einstellungen sichern und auf demselben Fire TV oder beliebig vielen anderen Fire TVs wiederherstellen. Wir empfehlen euch, nach größeren Änderungen an den Kodi-Einstellungen ein solches Backup durchzuführen. Im Falle eines Falles spart ihr euch so viel Arbeit und müsst die Einstellungen nicht noch einmal erneut vornehmen. Nun zur Anleitung. Geht auf eurem Fire TV unter Einstellungen, System, Entwickleroptionen und vergewissert euch, ob das ADB Debugging aktiviert ist. Nun benutzt einmal die Zurück-Taste, klickt dann auf Info und dort auf Netzwerk. Hier müsst ihr euch die IP-Adresse eures Fire TVs notieren. Diese benötigen wir später. Nun müsst ihr auf eurem PC oder Mac die Software ADB-Link installieren. Alle Links findet ihr übrigens wie immer in der ausführlichen Anleitung auf unserer Website. In ADB-Link klickt nun bitte auf New. Unter Kodi OS muss Android ausgewählt sein. Gebt unter Description einen Namen für eurer Fire TV ein und unter Address die zuvor notierte IP-Adresse eures Fire TVs. Solltet ihr Kodi in einem anderen als dem Standardverzeichnis installiert haben, müsst ihr dieses unter Kodi Partition ändern. Benutzt ihr SBMC statt Kodi, könnt ihr dies hier oben rechts auswählen. Nur noch ein Klick auf Save. Jetzt wählt das Fire TV aus, mit dem ihr euch verbinden wollt und klickt auf Connect. Um das Kodi Backup auszuführen, klickt bitte auf Backup. Anschließend wählt ihr die SD-Card Partition und klickt auf OK. Nun wählt noch einen Speicherort für euer Backup aus und bestätigt die darauffolgende Meldung mit Yes. Nun müsst ihr etwas warten. In der Zwischenzeit könnt ihr uns gerne für weitere Fire TV Anleitungen auf YouTube abonnieren. Den Status des Backups seht ihr übrigens hier unten. Die Meldung Backup Complete zeigt euch, dass die Sicherung erfolgreich war. Anschließend klickt bitte auf Disconnect. Jetzt zeigen wir euch noch, wie ihr diese Datensicherung wieder auf demselben oder beliebig vielen anderen Fire TVs zurückspielen könnt. Beachtet jedoch, dass dabei die vorhandene Kodi-Installation auf dem jeweiligen Fire TV komplett überschrieben wird. Wählt nun das Fire TV aus, auf welches ihr das Backup einspielen wollt. Dieses Fire TV müsst ihr natürlich vorher, wie am Anfang beschrieben, mit einem Klick auf New angelegt haben. Klickt danach auf Connect. Jetzt klickt ihr auf Restore. Wählt die Partition SD-Card aus. Klickt dann auf OK. Wählt nun den Ordner, in dem ihr zuvor euer Backup gespeichert habt, aus. Die Meldung bestätigt ihr wieder mit Yes. Es dauert nun wieder eine Weile, bis die Meldung WeStore Complete anzeigt, dass das Zurückspielen des Backups erfolgreich war. Viel Spaß damit! Wenn ihr mehr vom Fire TV und dem Fire TV Stick erfahren wollt, abonniert uns auf YouTube, schaut auf unserer Webseite vorbei und liked uns bei Facebook. und dann auf der Webseite vorbei. Vielen Dank.